Letztes Wochenende in der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde die Uhr eine Stunde zurückgestellt, auf Winterzeit. Aber die Zeitumstellung ist schon lange umstritten. Auch nicht alle Länder in Europa haben eine Zeitumstellung. In Island war die letzte Zeitumstellung im Jahr 1968, in Weißrussland bzw. Belarus im Jahre 2011 und in Ostland war die letzte Zeitumstellung im März 2014. Laut mehreren Umfragen sind die Deutschen für die Zeitumstellung. Doch eine wichtige Frage ist dann noch, wollen wir die Sommer- oder die Winterzeit beibehalten? Welche Zeitzone wollt ihr behalten? Schreibt es gerne in die Kommentare. Die Europäische Union ist für die Abschaffung der Zeitumstellung im Jahr 2021. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017